Der Hospitality Summit von der Hotellerie Swiss bedeutet für uns Hotel Korea bei StepStone auf jeden Fall die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Hier trifft sich die ganze Branche aus der ganzen Schweiz und es gibt sicherlich keinen zweiten Rahmen, der uns das anbietet, unsere Kunden und Partner in so einem Rahmen treffen zu können. Was wir von Hotel Korea bei StepStone erreichen möchten, ist auf jeden Fall das Image der Branche zu stärken und dies auch nach außen zu tragen. Warum möchten Leute in dieser tollen Branche einen Job machen? Warum entscheiden sie sich für einen Job in der Hotellerie? Und Bewerbern möchten wir eine größtmögliche Auswahl an Jobangeboten auf unseren Stellenportalen bieten. Das kann vom Zimmermädchen über den Hoteldirektor bis zur Küchenhilfskraft sein, von Berufseinsteiger bis Quereinsteiger sprechen wir. Da haben wir für jeden den richtigen Job im Angebot. Was mir als Emotionen zu dem Event zum Hospitality Summit als erstes einfällt, ist auf jeden Fall Wiedersehensfreude. Das war nach Corona das erste Event in dieser Größenordnung, wo man sich mal wieder live sehen konnte. Und die Freude war auf jeden Fall sichtbar, aber auch spürbar. Man hat viele Leute nach längerer Zeit das erste Mal an diesem Anlass hier wieder persönlich treffen können. Vielen Dank.